Hallo und herzlich willkommen zurück ich begrüße jetzt einfach mal euch zu Black Ops 2 wieder bin ich dabei ja 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 zu Dingens und so, Black Ops ja das hängt bei mir zum Glück gar nicht oh nö 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 äh was machst du da? Ich will nicht zu Ikea jetzt habe ich es hier auch gerade gelesen viele Verletzte bei Straßenbahnen ich bin jetzt auf Ikea, der Ikea-Seite A perfekt was, Küch? das habe ich auch gestern glaube ich schon mitbekommen irgendwo habe ich das gelesen ich weiß nicht, bei Facebook oder sowas da habe ich mich auch mal so ein bisschen informiert Granata er steht dahinter ähm, Küch hat dich gerecht ja, hat mich gemessert, dieser kannst ruhig mehr ausrasten, das ist erlaubt hier ist nicht, das Let's Play ist nicht ab 18 glaube ich ähm das Let's Play ist nur für harte Jungs ab 63 ah, Jungs ab 63 unser deutscher Rater hat heute seine kleine zweijährige Tochter mit im Unterricht das war sehr unheilsam nein, der Drecksack die fand diese Kreide so faszinierend und Tafel und Tafelputzen fand sie so toll, das fand ich auch gut, weil da muss mir die Tafel nicht prüsten ja, das ist gut jo, warum macht das außerdem der Lehrer nicht, der ist dafür, oh, Schnaiper äh, das müssen die nur, äh, in der Abiturphase machen oh, 200 zweimal Weitschuss super Doppelabschuss, uh, ich bin geil ähm meiner nein da kommt der Arsch von hinten habt ihr eigentlich bei euch einen Kühlschrank, der E-Mails verschicken kann? äh, nein das ist eine geile Sache eine unnötige Sache ja, aber eine geile unnötige Sache boah, weiß nicht also ich brauch's nicht äh, wo ist der? aah! da hat er sich im Zug versteckt, der Spastenkind dieser scheiß Messerer, der gehört so in den Arsch gebumst, bis der Anus blutet so Arschlöcher ich hasse solche Leute äh ah, ich bin vom Zug gefallen und gestorben ah, C4 mhm, 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 mhm ha, please don't camp ja, sehe ich genauso boah, ich bin in die Fenster geklettert au, ich bin tot hab ich den gekillt? nein ja, was war denn das? für ein komisches Waffen das gibt's doch nicht oh ah, da sind drei Leute mit dem Scharfschütze aah Spatenkinder ich hasse solche Leute ah, schweißt feindliche Drohnen her ich höre Gemetzel boah ich hab dem Teamkollegen Granate ah, ich hab den nur Semtex an den Kopf geworfen nein alter ah, geil der stellt sich genau vor mich aue ich hasse das die mit ihren Behinderten Scharfschütze und, ähm Messerer die Typen, alter die gehören so in die Hölle geschoben ja, obwohl Scharfschützen ja wenigstens noch ein bisschen Skill haben den nehm ich den nehm ich oh, Charmer Rock oh man, den wollte ich gerade killen nein erst mal die Ärmel hochkrempeln da muss man alles schön leckt es bei euch? ich schreib auch mal legt es bei euch? ein wenig ha au meiner irgendwas hat mich getötet ach, der hat sich hier ey, der hat sich hier auf dich geworfen, weil ich bin dabei gestorben ja ich bin awesome aber so ja, sieht man, man kann sich mal über die Kiste springen hä, folgst du mir? nein, du folgst mich meiner das ist gut vielleicht auch mal ne Folge, wo wir gewinnen ne, das ist ja auch nicht so ne, das ist ja auch nicht so ach so, das ist einer von mir hoppla ich höre Vorsicht nein, nein, nein nein also, die Vector ist gut, aber ich glaube, ich wechsle irgendwann auch mal die Waffe dass wir ein wenig Abwechslung haben ja, und vor allem brauchst du auch eine Fernkampferse das ist immer ganz cool stimmt, ja ja, Mon ähm Drohne nein Drohne ist nicht gut, äh äh, die Blinkgranate ist nicht gut aua ja, die Blinkgranate, der Vieh gebracht aua kam um die Ecke und ein Schuss droht boah, mit der Schneider im richtigen Headshot nicht schlecht der Schuss von der Pistole und ich bin weg wir verlieren diesen Kampf wir verlieren diesen Kampf nein alter, was hat der für Knarren ein Schuss von der Pistole und ich bin weg feindlicher Blitzschlag tja, der hat Skill oh, sorry ist der gestorben? ja, der ist gestorben verbündete Vorräte unterwegs ich hab' ne Pistole schlecht, alter, richtig schlecht aber hast du ihn getötet? da war schon wieder so ein Scheiß Messerer aber diesmal hab' ich ihn getötet hahaha ja, wenn er auf Distanz bleibt äh, hat er keine Chance der darf halt nur nicht nahe kommen das Blöde ist aber, die hörst du nicht, die Spaten ja, weil die dann auch immer so Perks wie Ninja drin haben dass du ihre Schritte nicht hörst das ist so voll die Cheater aber wir, wir sind noch Gamer mit Leib und Seele klar Hauptsache Gewinn, ne? jo, haha Hauptsache Geld ei Aua von hinten genommen jawoll und ne Schockladung zerstört bitch Hunter Killer weg damit ja I love it komm meine Drohne such 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 meine kleines Dröhnchen ja ah, man das ist immerhin ja, dies haben wir schon sehr besser ich hab' elf da oben steht ein Geschütz drin ich hab's grad gesehen das bringt zwei gar nichts kaputt zu machen da oben ist nämlich niemand doch scheiße da oben ist jemand ja, ach, nee ich hab' ich auch grad gemerkt kommt einer, komm, nein ich dachte ich hätte ihn überrascht dann wird er genau eine S-Mination ach, man wow, Zug ja ja, ja, letzter Abschuss ja ja, ja, ja ich bin besser als du nein doch nein zwei Plätze besser puh, Angeber wow, diese Genauigkeit dieser Host wirft einen ja richtig um gut, wieder eine spannende Folge mit dem Herr DreamTex und wir sehen uns in der nächsten Folge Juhu yeah ich geh' mal raus aus der Lobby dann können wir uns mal in Ruhe die Waffen zusammenstellen ja gut, bis morgen so, was siehst du hier? du siehst hier die Endcard von meinen Videos unter den ganzen Titeln bin ich erreichbar auf YouTube, Facebook, Twitter, Google Plus oder Skype bin ich auch erreichbar schreib mir PNs oder sowas, was du gut findest, was nicht liken, abonnieren, irgendwas und wir sehen uns dann im nächsten Video freut mich, wenn du wieder dabei wärst und wir sehen uns in der 그래서 ��만 hier ist ca, wir sehen uns auf, was ist so, wie wenn du jetzt das ist dass wir uns hier es oder wenn du, wir schauen uns ganz hin, als ob wir in die die hin, als ob wir Vielen Dank.